Gelegentlich möchte man sich die Datenpunkte nicht nur als Kurve, sondern auch als Zahlen anzeigen lassen, ähnlich wie bei einem Tabellenkalkulationsprogramm. Das geht in FAMOS mithilfe des Dateneditors. Zeigen wir das mal anhand eines Beispiels. Dazu markieren wir in der Variablenliste die drei Messungen der Busfahrt, Speed, Power Engine und Torque und drücken auf das Tabellensymbol oder F6. Es öffnet sich der sogenannte Dateneditor. Er sieht aus wie ein Tabellenkalkulationsprogramm, ist aber vor allem zur numerischen Darstellung von Datenpunkten konzipiert, besitzt also keine Rechenfunktionen oder ähnliches. Er enthält viele nützliche Eigenschaften. Vergewissern wir uns zunächst, dass die Indexanzeige für die X-Spur, das ist der Button mit dem Pfeil unter dem Buchstaben I, und rechts daneben das linke Tabellensymbol aktiviert ist. Wir sehen nun für jeden Kanal eine Spalte. In jeder Spalte sind die Datenpunkte als Zahlenfolge aufgetragen. Die graue Spalte ganz links ist die X-Spur, die aufgrund der eben aktivierten Indexanzeige die Indizes der einzelnen Datenpunkte anzeigt. Die X-Spur beginnt immer mit dem Index 1 für den ersten Datenpunkt. Für jeden weiteren Datenpunkt wird der Index um 1 hochgezählt. Wenn wir ganz runter scrollen, sehen wir, dass die Kanäle Power Engine und Torque 21.964 Datenpunkte besitzen, während der Kanal Speed fast doppelt so viele Datenpunkte aufweist. Möchten wir jetzt erfahren, wann die einzelnen Datenpunkte erfasst wurden, dann lassen wir uns für die X-Spur statt der Indizes die relative Zeit anzeigen, also die Zeit nach Messungsbeginn. Dazu muss der Button mit dem Pfeil und dem Buchstaben X aktiviert werden. Die X-Spur zeigt nun fortan die relative Zeit der Datenpunkte an, und zwar von der Spalte, die momentan markiert ist, zum Beispiel hier von dem Kanal Speed. Klicken wir auf eine Zelle der Spalte Power Engine, sehen wir, dass die Zeitskala links angepasst wird, und offensichtlich haben sich die Zeitabstände zwischen den Datenpunkten verdoppelt. Dasselbe Verhalten sehen wir für den Kanal Torque. Offensichtlich wurde Speed im Vergleich zu Power Engine und Torque mit einer halb so langen Abtastzeit gemessen. Um diese Annahme zu überprüfen, werfen wir einen Blick auf die variablen Eigenschaften von Power Engine. Das geht direkt vom Dateneditor aus, indem wir auf das I-Symbol klicken, es erscheint dann der Eigenschaftsdialog für den markierten Kanal. Die Abtastzeit beträgt hier 0,1 Sekunden, ebenso für den Kanal Torque, während für Speed die Abtastzeit 0,05 Sekunden beträgt, ist also in der Tat halb so lang wie für die übrigen Kanäle. Eine weitere nützliche Eigenschaft des Dateneditors ist, dass die Zellenhöhen der einzelnen Kanäle proportional zu den Abtastzeiten dargestellt werden können. Dazu klicken wir oben auf das mittlere Tabellensymbol. Wir erhalten damit eine gute visuelle Abschätzung, wie groß die Abtastzeiten der einzelnen Kanäle sind. Jetzt erkennen wir auch visuell, dass die Abtastzeiten von Power Engine und Torque doppelt so lang sind wie die von Speed. Speed enthält aber doppelt so viele Punkte wie die übrigen Kanäle, wie wir vorhin gesehen haben. Das müsste ja bedeuten, dass alle Kanäle gleich lang gemessen wurden. Scrollen wir ganz runter, so erkennen wir mit dieser Darstellung ganz gut, dass das auch zutrifft. Manchmal interessiert statt der relativen Zeit die Absolute, also zu welchem Zeitpunkt die Datenpunkte erfasst wurden. Dazu aktivieren wir oben den Pfeil mit dem Buchstaben T. Ich verbreitere noch die X-Spur, indem ich oben den rechten Rand der Spaltenüberschrift nach rechts ziehe. Wir sehen nun links, dass die Busfahrt im Jahre 2012 stattfand. Wenn wir die Spalten einzeln aktivieren, sehen wir auch, dass die Messungen alle um dieselbe Zeit starteten, also um 4.53 Uhr und 5 Sekunden morgens. Wie sieht eigentlich die Anzeige aus, wenn eine Messung zeitlich später gestartet wurde? Wir simulieren nun einen späteren Messungsstart. Öffnen wir dazu die Eigenschaften von Torque und lassen die Messung eine Sekunde später starten, also um 4.53 Uhr und 6 Sekunden. Im Messalltag sollten allerdings solche Änderungen nur vorgenommen werden, wenn zum Beispiel die Uhrzeit eines Messgerätes von der realen Uhrzeit abweicht. Wir können nun sehen, wie links die Zeit für die Torque-Spalte angepasst wurde. Wenn wir nun auf das rechte Tabellensymbol oben klicken, sehen wir noch, wie der Startzeitpunkt der Messungen bei der Darstellung mit berücksichtigt wird. Die angezeigten Zahlenwerte können sehr einfach über die Windows-Zwischenablage anderen Programmen, wie zum Beispiel der Tabellenkalkulation Excel, zugänglich gemacht werden. In welcher Form die Daten zur Verfügung gestellt werden, wird in den Optionen des Editors eingestellt. Um dorthin zu gelangen, klicken wir auf Anzeige-Optionen und gehen zum Tab Ablage. Dort aktivieren wir die Checkboxen Skalierungsspalte und Kopfzeile, damit die Zeitinformationen und die Spaltenüberschriften in der Zwischenablage mit abgelegt werden. Wenn wir ein deutsches Excel haben, müssen wir noch für das Dezimaldrendzeichen die Checkbox Dezimalkomma aktivieren. Nun markieren wir eine Zelle aus einer Messung, die uns interessiert, und drücken anschließend mit der rechten Maustaste auf den Spaltenkopf und wählen Spalte markieren, damit alle Messpunkte markiert werden. Anschließend drücken wir auf der Tastatur Steuern plus A, um die Daten in der Zwischenablage abzulegen. Nun füge ich meinem Tabellenkalkulationsprogramm den abgelegten Inhalt ein. Wir sehen entsprechend den gewählten Voreinstellungen unseren abgelegten Inhalt. Der Dateneditor hat eine weitere nützliche Eigenschaft. Die Anzeige kann mit einem Kurvenfenster gekoppelt werden. Wir haben dann die Möglichkeit, ähnlich wie bei einem Übersichtsfenster im Kurvenfenster entlang der Messung zu navigieren und dabei die entsprechenden Amplituden der Datenpunkte im Dateneditor zu verfolgen. Um das zu demonstrieren, erzeugen wir zunächst von Speed, dessen Datenspalte bereits markiert ist, ein freifliegendes Kurvenfenster. Wir klicken dazu auf das Kurvenfenster-Symbol im Dateneditor. Das ist dieses Symbol. Jetzt klicken wir auf das Steckdosen-Symbol, lassen jedoch die Maustaste gedrückt und ziehen die Maus zum Kurvenfenster. Wir lassen über dem Koordinatensystem die Maustaste wieder los. Nun sind der Dateneditor und das Kurvenfenster miteinander verbunden. Denn wir sagen in Farmos auch verlinkt. Im Kurvenfenster sehen wir nun eine senkrechte Linie, die sogenannte Linklinie. Diese Linie lässt sich mit der Maus nach links oder rechts verschieben. Dabei scrollt der Dateneditor immer synchron mit. Die waagerechte gestrichelte Linie im Dateneditor zeigt dabei immer die genaue Position der Linklinie im Kurvenfenster an. Wir haben im Dateneditor die Möglichkeit, einzelne Datenpunkte zu korrigieren, so wie wir es im Modul Messdaten verändern schon gesehen haben. Dazu markieren wir einfach die entsprechende Stelle, die wir ändern möchten, geben einen anderen Wert ein, zum Beispiel 50 kmh, und bestätigen mit der Taste Enter. Wir sehen im Kurvenfenster schön, wie sich der Wert an dieser Stelle verändert hat. Natürlich kann diese Funktion auch andersherum angewendet werden, um zum Beispiel einzelne Ausreißer zu korrigieren.